Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 8. Mai 1873. Heute, vor 150 Jahren, starb der britische Philosoph und Ökonom John Stuart Mill. Ein Beitrag von Martin Schechne. Wer Freiheit anstrebt als das größte Glück für die größte Zahl, der braucht a. den Verstand, seine Zeit messerscharf zu analysieren und b. ein klares Auge für die Natur des Menschen. Der englische Philosoph und Ökonom John Stuart Mill besaß beides und er war einer, der sich keinerlei Illusionen hingab. Wo in einem Volk die allgemeine Tendenz besteht, dass der Einzelne nur seine egoistischen Interessen verfolgt und seinen Anteil am Gesamtinteresse weder der Beachtung noch der Mühe wertfindet, da ist gute Regierung unmöglich. 1806 in London geboren als ältester Sohn des Philosophen und Pädagogen James Mill. Hochbegabt, deshalb vom Vater persönlich unterwiesen, griechisch mit drei Jahren, latein kaum später. Mathematik, Philosophie und politische Ökonomie, was der Vater in der Erziehung jedoch übersehen oder bewusst übergangen hatte, waren mütterliche Wärme, Emotion und Empathie, die Tröstungen der Religion. Die Folge beim Sohn, ein Herzanfall mit 20, Depression, eine drängende Suche nach Ausgleich in Dichtung und Philosophie der Romantik, ein lebenslanges Bedürfnis nach Menschlichkeit und Ausgleich, schließlich eine enge und geistig überaus fruchtbare Beziehung zu seiner Frau Harriet Taylor. Leitbild des väterlichen Experiments war der Utilitarismus. Eine von ihm selber und dem Philosophen Jeremy Bentham entwickelte Position, der zufolge jedes Handeln vor allem nach seiner Nützlichkeit zu beurteilen sei. So ist auch die Praxis des Hausunterrichts zu erklären. James Mill unterwies allein den Ältesten. Der wiederum hatte das Gelernte an seine acht jüngeren Geschwister weiterzugeben, an denen der Vater dann überprüfen konnte, wie erfolgreich der Sohn den Stoff vermittelt hatte. Immerhin, genau so sollte John Stuart Mill zu einem der gefragtesten Essayisten seiner Zeit heranreifen. Kaum einer formulierte so klar und verständlich wie er. Nur insoweit sein Verhalten andere in Mitleidenschaft zieht, ist jemand der Gesellschaft verantwortlich. Über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist der einzelne souveräner Herrscher. On Liberty, über die Freiheit, überschrieb Mill 1859 seinen zentralen Essay, indem er die väterliche Konzeption des Utilitarismus verfeinerte, das größte Glück der größten Zahl nämlich nicht mehr nur als Menge auffasste, sondern Qualitätenunterschied, also über die Befriedigung elementarer Bedürfnisse hinaus auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit forderte. Gedankenfreiheit, Pressefreiheit, allgemeines Wahlrecht. Mit seiner Frau Harriet prangerte er die Unterdrückung der Frau als Produkt vor allem männlicher Interessen an. Die gemeinsam verfassten Schriften haben bis heute nichts von ihrer Schärfe verloren. Freiheit nach Mill bedeutet das Recht auf Selbstbestimmung und zugleich den Schutz des Einzelnen vor jedem Versuch der Gemeinschaft, dieses Recht ungefragt und ohne Not zu beschneiden, sei es durch Institutionen und repressive Gesetzgebung, sei es auch nur durch sozialen Druck oder die Tyrannei der öffentlichen Meinung. Betrachtet das Parlament oder eines seiner Mitglieder irgendein Problem jemals auch nur einen Augenblick lang mit den Augen eines Arbeiters? Wenn ein Thema zur Debatte steht, an dem die Arbeiter als solche ein Interesse haben, wird es je durch einen anderen Blickwinkel als den der Arbeitgeber gesehen? Wem also gehört dieser John Stuart Mill? Liberale feiern sein klares Bekenntnis zur Freiheit des Individuums. Neoliberale reduzieren ihn zum Stichwortgeber für ihre Praxis der sozialen Kälte. Sozialdemokraten loben seinen klugen Sinn für Verantwortung und Gerechtigkeit, Feministinnen seine Fähigkeit, die Idee der Gleichheit auch ins reale Leben zu übersetzen. Und sogar Kommunisten wurden beobachtet bei dem Versuch, den scharfzüngigen Denker für sich zu vereinnahmen. Mill schob ihnen rechtzeitig einen Riegel vor. Wirklicher, erfolgreicher Kommunismus setzt einen hohen Standard an moralischer und intellektueller Erziehung und Reife in jedem Mitglied der Gemeinschaft voraus. Viel später erst sollten die großen politischen Experimente und die Katastrophen des 20. Jahrhunderts zeigen, wie recht er damit hatte. John Stuart Mill starb am 8. Mai 1873 in Avignon. Im wogenden Diskurs unserer Zeit um Identität und Repräsentanz wäre er neu zu entdecken.